ARD Text im Auftrag von Funk Äh, achso, da. Ich sehe was. Oh, nein! Ja, geil! Was machst du denn? Ja, die haben mich hier abgelenkt. Keine Munition mehr. Was ist das für ein Scheiß? Oh, lad nach, Mann! Oh, lad nach, Mann! Was wird eng? Wovon redest du? Och, jetzt lädt der schon wieder nach. Ist nicht dein Ernst hier? Oh, wie fest? Ja, ich häng fest. Oh fuck. Ich weiß auch nicht, wo man am besten hinschießt. Also am besten denke ich mal auf den Fahrer, ne? Das Problem ist, ich kann nicht so richtig zielen. Ich werde hier gerade runtergeworfen. Hey, was war das? Hä? Da war überhaupt nix. Das sah irgendwie von meiner Perspektive aus auch seltsam aus gerade. Ach, komm, lad nach, ey. Weck da, ich komme. Die sind noch hinter uns her. Oh, die springen hier, wie die Bekloppten. Komm, lad nach. Komm, komm, bevor die wiederkommen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Nein, nein, nein. Ey, die hängen hier im Auto drin. Mann, lad nach. Blöd Mann. Nagelwand. Lauf und ab ins Wasser. Oder so. Übers Wasser. Stop and wait a minute. Da, da, da. Nimm das Boot. Nimm das Boot. Los, ins Boot. Ja, komm, komm, komm. Das hat keinen Motor, da musst du noch paddeln. Ja, schieb. 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 Ey, ich bin gefahren, ey. Du hast nur in die Luft geschossen. Ach, guck mal, wir angeln jetzt eine Runde. Scheiße, wann kann ich mich erinnern? Wir müssen gehen. Hey, Vincent. Ja? Ich glaube, ich sah etwas im Wasser. Er ist wahrscheinlich ein Scherr, Leo. Was meinst du, dass es keine Scherr in diesem Wasser gibt? Wie wissen Sie? Es ist süßes Wasser. Du bist ein kleiner Mann, Leo. Nein, nein, nein. Hier rum, hier rum. Ja, egal. Ein Fisch. Wahrscheinlich ein Salmon. Äh, die Frage ist geradeaus oder da hinten rum? Ja, links ist jetzt irgendwie besser vom Platz her, ne? Oh, wir werden andersrum gemusst. Hey, Vincent. Ja? Think there aren't any bears in these woods? There are probably bears in these waters, Leo. Ha! What guys believe that? Das hält mich so ein bisschen nah an Assistant's Creek. Bei irgendeinem Teil musstest du auch da ganz am Anfang, glaube ich, mit dem Schiff. Äh, also mit diesem Boot. Oh, das wird immer enger. Ja. Ja, ach nee. Oh. 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 So fahren wir jetzt rückwärts? Hallo? Ja, weil hinten ist doch nicht kaputt. Äh, wir müssten irgendwas tun. Dreh mal rum. Dreh mal rum. Dreh mal rum. Ja, 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 ja. Ja, so. Ah, ich hab das leider auch zu spät. Mach doch mal! Nein, du machst! Ja, ich mach doch! Du musst nach rechts! Och, was machst du denn? Du musst nach rechts steuern! Ja, so ist das gleich kaputt. Du steuerst die ganze Zeit gegen mich. Ja, ich dachte, wir gehen auf der anderen Seite rum. Ja, äh, wo denn? Links war nichts mehr, wo wir rum konnten. Ja, eigentlich bin ich... Doch, links hätten wir auch gekonnt. Nein, da war eine Höhle, so wie hier links. Da war nichts mehr. Boah, mach doch nicht immer so viel. Lass das doch mal ausrudern. Ich mach doch nicht viel, aber glaub ich, wir stürzen jetzt irgendwo runter. Ja, das seh ich. Ohohohohohoho haha Äh, ich glaube, oder? Wow, wieso machen die hier nichts? Wow. Ja, es geht nicht rum. Ja, nach rechts wissen wir, aber wir drücken ja auch schon die ganze Zeit. Ich meine, wir sind ja jetzt beide die ganze Zeit am Paddeln, weißt du? So. Warum geht der nicht rüber? Hallo. Der geht nicht nach rechts. Ja, das war jetzt nicht gut. Was machst du? Ich mach doch gar nichts. Doch, du drehst uns die ganze Zeit nach links. Nein, mach ich gar nicht. Doch, wenn du nach rechts willst, musst du dich auf die linke Seite setzen. Ja, das weiß ich auch. Warum machst du es dann nicht? Weil ich es gemacht habe, aber das hat nicht reagiert. Wow, ich glaube, wir werden jetzt verreiten. Komm hier raus. Nein, ich bin noch drin. Ich schaff's nicht. Okay. Äh. Ich komme, sagt er, weißt du, und der hängt schon da. Ich hab das Boot doch gut dahin gehangen, oder nicht? Naja. Was, du? Ja, geil, danke. Warum lässt du los? Ich hab nicht losgelassen. Ja, doch, das ist die Story, anscheinend, dass du loslässt. Das ist Slippy. Komm her. Klar, äh, wie zerbrichtig ist das Boot noch? Ja, weißt du, was das eben alles gemacht hat? Also, wo das überall gegengeknallt ist? Und dann teilweise mit voller Fahrt da? Ja, du bist okay? Ich bin okay. Let's get out of here. All right. What of you, huh? Ja. So? What happens now? Look. I know what you're thinking. But going after Harvey won't be easy. I know. But I'm going after him. With or without you. You want to end up dead? I want him gone. He's a cold-blooded killer. The world's gonna be a better place without him. You never told me, Leo. What is your story with Harvey? Before I got busted, me and Harvey made a huge score. Bank job? No. You ever heard of a Black Orlov? Are you serious? The diamond? How the hell did you pull that off? A lot of planning and a bit of luck. So what happened? Everything was going our way. We even had a buyer. But that greedy fuck had other plans. They've heard of us. Es ist alles da, bekannte es. Es sieht gut aus. Natürlich ist es. Du kannst immer vertrauen. Ich kann niemanden, mein Freund. Hier geht's. Was denkst du? Es ist heavier als ich dachte. Es ist. Es ist ein Spaß mit euch. Ihr auch. Es ist ein Spaß mit euch. Was machst du? Es ist ein Spaß mit euch, Leo. Jetzt. Es ist nichts Personal. Es ist nur Business. Es ist Spaß mit euch. Es ist spannend. Es ist schwer. Es ist ein Spaß mit euch. Es ist alles emotional. Genau. Es ist sicher. Ich mache die Dinge nicht, für mich und für meine Familie. Hm. So, do you know where Harvey is right now? I know one of his guys, Ray. He'll know for sure. So? What are we waiting for? Let's go after him. You really want to take Harvey down, huh? Like I said, with or without you, I'm going after him. Okay. All right. Where can we find this Ray guy? Don't worry. He's going to be easy to find. But I need to make sure my family is safe first. Of course. Let's go. Don't go too far, Alex. What is it, honey? What's wrong? Oh, shit. Alex? Alex! Alex! Leo, can I ask you something personal? Yeah, sure. How do you and your wife manage to stay together in this line of work? We've always been together. You know, she knows me better than I know myself. I was... 12. When we met at the orphanage. Orphanage? You could say that my parents didn't do their job. I'm sorry to hear that. Don't be. I barely remember them. Besides, I was fortunate enough to have Linda. She was crazy. You know, we used to run away together. Steal ice cream, cigarettes, shit. It's always been us against the world. Still is. No matter what. That's just how it is. Sounds great. All right. Keep an eye out for my family. It's a woman and a boy. About this size. You don't know where they live? They had to move while I was inside. I see. Let's just have a look around. I'm sure we'll find them. Yeah. One question next time. Thank you. I have a look around me.